Und die Herren stehen am Start. Los geht's! Auf für die Herren! Auf Joshua! Auf Pascal! Jawohl! Auf! Weiter so! Team Gelb vor Team Rot vor Team Neutral. Super Wechselgelb! Jawohl! Rot gut gewechselt und Neutral auch gut gewechselt. Es klappt! Auf der Mabel! Drei stehen am Start oder in der Wechselzone. Wohin! 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 Ein Geisterfahrer, Vorsicht bitte! Geisterfahrer auf der Start- und Zielgerade. Der Geisterfahrer ist mittlerweile weg. Die Polizei hat die Strecke abgefahren. Die Schiedsrichter haben das geklärt. So, jetzt kommt Paddeln! Auf den Boden und Paddeln! Paddeln, 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 Paddeln! Genau! Paddeln müsst ihr jetzt! Und nach Paddeln kommt wieder vorwärts. Richtig! So ist es! Team Gelb Paddeln! Noch! Und rückwärts! Und rückwärts, rückwärts! Das ist nicht gepaddelt! Herr Maximilian ist im Ziel! Und jetzt geht es weiter mit vorwärts fahren! Na also, das ist doch kein Eierlaufen hier! Herr Ewele! Ja, das ist schon besser! Das wird! Aber jeder fängt mal klein an! Die ist in Ordnung! Team Rot wechseln auf rückwärts! Während die einen noch Eierlaufen, paddeln die nächsten schon! Oh, das Paddeln ist anstrengend, ne? Ich bin frei, 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 frei! Ich konnte unmöglich im Ziel sein!